Willkommen zurück hier bei InGames, wo sich Spiele wie zuhause füllen. Wir spielen immer noch Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots und im letzten Part haben wir es mit Snake gerade so geschafft, durch diesen Mikrowellenraum zu kommen, glaube ich zumindest, also zumindest sind wir beim Ladebildschirm abstehen geblieben. Und ich entschuldige mich noch mal kurz dafür, dass der letzte Part zu kurz war, aber wirklich darum, weil hier jetzt, glaube ich, sehr, sehr viele Sequenzen kommen werden und ich mir nicht sicher bin und wenigstens nicht schon wieder so einen halben Stunden Part hinhauen wollte. Ich hoffe, dafür wird dieser Part jetzt euch das ein bisschen entlohnt sein, denn darauf habt ihr sicherlich gewartet. Der Snake, der ganze Anzug ist kaputt. Ich merke das schon. Auch dein Solid Eyes. 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 Auch dein Solid Cs attached. Aber dasって,�르� Dutch tut das knows. Auch mein Solid liegt yet? Eure und der Glied. Do it. Leave it to me. 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 We did it. Leave it to me. Leave it to me. Leave it to me. It's over. They did it. Johnny. You're in it. 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 You're in it.